Servus Leute, heute sind wir beim Training beim Oli zuhause in der Scheune. Wetter ist nicht so gut draußen und ich denke es war eine gute Wahl, dass wir hierher gekommen sind und drin trainieren können. Mal gucken was passiert. Let's go! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Vor, 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 vor! 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 Vor, vor!